Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme auf Artifacts.fp und zwar ist hier der Nils und ich nehme heute alleine eine Map auf, Heidens Sieg spielen wir heute und ich nehme manchmal mal hier so ein Crafting-Terry, keine Ahnung was das bringt, ähm, richtig, also es kamen ja richtig lange keine Videos mehr und da habe ich mir einfach gedacht, komm, ähm, mach jetzt hier mal ein neues Video, ähm, ja, Heidens Sieg kennen wir ja alle, ja, und zwar, ja, ähm, damit mal wieder etwas kommt, weil Jonas und Mats kriegen es ja nicht gebacken, irgendwas hochzuladen und dann muss man halt halt, ähm, gucken, dass man das so macht, dass man selber was hochlädt und jetzt spielen wir hier Heidens Sieg und Heidens Sieg hat ein ganz neues Plug-in-Bahn und, ähm, wir sind hier auf einer ganz neuen Map, wie man sieht, hier heißt es Lotus und ich weiß, also ich habe, glaube ich, einmal ein Video gesehen bei irgendjemandem, aber ich kenne mich da gar nicht aus, das habe ich jetzt hier den Workbench-Blog genommen, ja, ähm, und habe mich jetzt hier halt hingestellt, ähm, ich weiß nicht, ob das versteckt gut ist, ob man hier leicht hinkommt, ich weiß es nicht, also, sieht relativ, ähm, ja, ähm, alleine aus, dass ich hier bin und, ja, wie gesagt, also Mats und Jonas haben ja eigentlich noch tausende Folgen für die Beast, aber, ähm, ja, Henrik hat, ähm, ja, sein Outlast, ja, hat keine Lust aufzunehmen, weil es ihm etwas zu gruselig ist, also, ja, verstehe ich auch, also, verstehe ich, dass man dann nicht immer abends dann jeden Tag eine Folge aufnehmen will und verbotenzieren ist natürlich arg, dass man dann sozusagen da zehn Stunden, zehn, ähm, Dinger am Stück aufnimmt, so gruseliges Zeug, verstehe ich auch, ähm, ja, aber wir haben ja noch theoretisch die ganzen Folgen, aber jetzt wird dem Mats sein PC halt irgendwie, ist der weg, ja, und jetzt wollten wir eigentlich heute Pirate Croft aufnehmen, aber wie die anderen halt sind, nehmen sie nicht mit, ähm, nehmen sie nicht Minecraft auf, sondern sie nehmen gar nichts auf, ja, das sage ich jetzt einfach so, weißt du, wenn sie halt, ähm, irgendwie Black Ops wenigstens aufnehmen würden, wenn sie spielen würden, ja, dann, dann würde ich es ja noch verstehen, aber, nee, machen sie nicht, sie nehmen nicht auf, sondern sie spielen einfach, und das ist so ein bisschen, ja, gut, und ihr wisst ja, ich habe ja so einen Laptop, mit dem kann ich auf keinen Fall Black Ops spielen, ähm, ja, deshalb, ähm, spiele ich da meistens dann eben nicht mit, und, aber die anderen verstehen halt nicht, dass, ähm, ja, ich hier so bin, what does the fox say? Ding, 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 ja, und ich nehme das jetzt heute Freitagabend um halb elf auf, weil mir richtig langweilig ist, und, ähm, ja, morgen gebe ich Nachhilfe, und ich muss das Video schneiden, und dann renne ich so über die Nacht, und dann wird es morgen hochladen wahrscheinlich, ähm, ja, also ganz viele Projekte haben wir jetzt halt gestoppt, Fiti Beast, ja, kommt jetzt nicht mehr irgendwie, also eigentlich wollte Jonas heute noch was hochladen, kann sein, dass jetzt sozusagen über die Nacht was kommt, also sozusagen heute Morgen für euch, oder eben, ähm, ja, ähm, ja, nee, also, dass, dass eben Fiti Beast nicht kommt, dann kam Outlast nicht, Pipewaffe wollte ich aufnehmen, kommt auch nicht, Wasch wollte ich aufnehmen, kommt auch nicht, ja, kommt halt alles irgendwie nicht, weil das jetzt sich irgendwie alles, weil jetzt alle irgendwie Black Ops spielen, und, ähm, ja, ich weiß noch nicht so recht, ähm, was ich dazu sagen soll, wir haben ein Seeker, Fail, ist ja schlecht, ähm, ja, ist halt ein bisschen blöd so jetzt, dass wir, ähm, so wenig gebracht haben, natürlich, und auch, ähm, dass wir, ähm, ja, dass wir so wenig gebracht haben, und dass, ähm, ja, dass die anderen halt nicht mehr so richtig, zur Zeit irgendwie nicht mehr so richtig Lust haben auf meinen Kopf, dass sie nicht mehr aufnehmen wollen, und spielen eigentlich auch nicht, ähm, und wenn wir dann mal aufnehmen, dann kommt es halt immer wieder, ähm, das heißt zum Streit, aber dann wird immer rumgeschrieben, dass der jetzt mal jetzt machen soll, und, äh, machen wir jetzt mal schnell die Aufnahmen, ich werde auch ein bisschen Black Ops spielen, und, ja, so sieht es dann halt das alles aus, ich mache jetzt nur eine Runde, ähm, hier, von der Map, ich kann ja hier mal ein bisschen rumlaufen, also, das ist, ähm, anscheinend eine neue, oder ist eine neue, oh, fuck, okay, fell, äh, also es ist eine neue Map, die heißt Lotus, habe ich mitbekommen, und zwar, ja, ist die halt, ähm, neu, das ist irgendwie so in der Luft oder im Wasser, keine Ahnung, was es darstellen soll, und da ist ein Schiff, da ist eine Yacht, also wahrscheinlich dieses Wasser, und hier, keine Ahnung, was es sein soll, ähm, ich schätze, Hendrik und ich werden in der nächsten Zeit, hoffe ich mal, dass wir da noch ein bisschen aufnehmen würden, hide and seek, und, ja, da haben wir jetzt eine Woche Schule noch bei uns, dann haben wir eine Woche Boogie-Praktikum, und dann sind Herbstferien, da sind, haben wir was in der Kirche zu tun, das ist, ähm, ja, aber da haben wir eigentlich auch genug Zeit aufzunehmen, und so weiter, und, ähm, ja, genau, das wollte ich jetzt nur euch mal so in der Runde hier sagen, und wünsche euch natürlich noch einen schönen, ähm, wahrscheinlich, Abend, würde ich sagen, ähm, ja, genau, also einen schönen Abend, schönen Mittag, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, und wir sehen uns eben in der nächsten Folge, bis bald. .